Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoblog hier aus Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Nach drei Tagen im Hotel sind wir jetzt endlich in unserer Suite angekommen. Mit wunderschönem Balkon. Das hier ist die Aussicht, was ihr im Hintergrund seht. Jetzt zeige ich euch mal noch ein bisschen unsere Suite. Bis zum nächsten Mal. So, hier geht's los. Ich verschaffe euch mal einen kurzen Überblick. Hier ist eher so der Küchenbereich. Couch, Fernseher. Und dann hier die wunderschöne Terrasse mit dem Ausblick auf Beirut. Und dann hier hinten das Mittelmeer. So, gehen wir weiter zum Schlafzimmer. Großes Doppelbett mit Fernseher. Und hier dann wieder Balkon. So, und nun abschließend noch zum Badezimmer. Das ist hier direkt neben dem Schlafzimmer. Sehr große Dusche. Sehr große Dusche. Bade Rannement. 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 So, hier hinten können wir noch schön die Schiffe sehen auf dem Mittelmeer. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Einfach wahnsinnig schön hier in Beirut. Einfach wahnsinnig schön hier. So, ich bin jetzt hier im Sanayi Garten, war ein Fußweg von ungefähr 15 Minuten von unserer Suite. Hier ist es auf jeden Fall sehr schön zum Spazierengehen. So, ich bin jetzt hier ganz oben im 23. Stockwerk. Hier hat man wirklich einen kompletten Panoramablick über Beirut. Das ist richtig cool und das werde ich euch jetzt einfach mal komplett zeigen. Also, was ich noch sagen kann, für mich ist Beirut mittlerweile wirklich die absolute Top-Adresse. Reihenfolgen lege ich zwar keine mehr fest, welche Städte am besten sind, aber hier in Beirut fühle ich mich schon wohl, weil hier wirklich, hier gibt es einfach alles, was mir gefällt. Ich bin total fasziniert und begeistert von dieser Stadt. Richtige Wohlfühl-Oase für mich. H exactamente so schnell! Höchst Jaunlich! Untertitelung des ZDF, 2020 So langsam wird es dunkel hier in Beirut. Ich zeige euch mal die Aussicht abends vom Balkon. So, jetzt geht es zum Frühsport am Morgen von Etage 17 rauf auf Etage 23 zum Schwimmen. Bis zum nächsten Mal. Ich zeige euch mal die Aussicht abends. Ich zeige euch mal die Aussicht abends.